ich habe übertragung an wir werden jetzt die wir werden jetzt die lake theorie widerlegen ok los geht's ich plante direkt pass auf guck mal guck mal so geht das sind so geht das so geht das ich glaube findet sogar weg weil es sich war das nicht wahrhaben will dass er scheiße mit 50 dollar für die bombe und holt die smorgens geht aus süß danke 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 der drauf gewartet die verdammte woge hingeflogen ich bin spielen muss ich bin ich ja es geht das fenster er macht keine also so was kann du schon hallo unten rechts steht es erst ich bin übel hängen geblieben realtalk ich finde ich finde es lustig wie finn jetzt auf einmal wieder nicht da ist zu spät du hast die baum pass auf der ist ich werde es gleich einfach hier irgendwo wir müssen jetzt erstmal versuchen aufs dach zu büsten hier auf dem geländer oder so das kann unten entscheidend sein er ist oben pass auf geh einfach hoch digga das muss ich das muss ich von zeigen aber wird sich nicht angucken weil er sich dann übel angepisst fühlt er ist gemütet danke wirst du smoke ja da kommt die treppe hoch das ist so ein bot wirklich ich bin hinter ihm durchs fenster gesprungen er hat sich umgeguckt wie ein idiot hat mich welche welche welchen sind wir noch mal gerade aber die furcht eigentlich ich habe keine smoke also brauchen wir auch eigentlich nicht doch doch du hast ziemlich durch die tür digga du machst halt alle kills und ich plante plante die bombe die ganze zeit woher mir wird es wird der taser ausgepuckt stell dich mal hier oben hier vorne auf die kante drauf drauf gehen und sneaken ich kann mich auf die stadt lass mich den holen wir sind in Paisern zu spät